giften kann man es macht echt viel schaden mit gift der gefechtsdoktor sich selbst kriegt gehalten die ist auf jeden fall wieder safe was den stress angeht auf dem gleichen level wie meinen meiner kämpfer so kriegt ihr vier schaden oder zwei na gut kannst du auch drauf haben das ist egal das würde ich mir schon gegen die bewegung hier ist mir ein trick der leitung kann ich das eben nicht geben ach graubräuber das ist liegen ich habe wertvoller sagt ich jetzt eigentlich mit dem kümmern der platz im winter egal ich bin nicht da angekommen dass ich platz im winter habe jetzt habe ich nichts mehr als ich erkunde ich bin da schon mit und auch schon mit so die stimme licht bericht an aber noch fucker 70 ist ja nicht so geil und dann ist auch noch ein HP übrig wie die blöden Trommel geht mir doch nicht in den Sack ja hier solche Bombe warm sind jetzt alle vergiftet schau du noch eigentlich doof mal wenigstens ist das verfehlt Heilung so gefechtszeugte gefechtsmedizin ist bei ihm ist ein Tiger oder bei ihm ist ein Baba ist Bram jetzt gibt's hier aber auf die Fresse meine Güte nicht bluten es blute nicht es blute nicht nein Heilung, Heilung, Heilung selbst und zack natürlich blutet es jetzt ich weiß nicht, irgendwie funktioniert das für mich nicht so richtig Brommeln des Verderbens, wenn die fast tot sind äh hier, verwirrender Knall alles kaputt sich selbst heilen sich selbst heilen, ist richtig gut richtig schöner Crit in der Stelle ich will nichts wegwerfen eigentlich, der Rest ist mir zu wertvoll ich will nichts wegwerfen, der Rest ist mir zu wertvoll um den Krankheiten vorzubeugen richtig schön, ein Haufen Essen jetzt nice komm ich hoffentlich gut durch mit meinem Essen auch noch eine Hacke sehr gut Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. So, hier kann ich mich mein Ding jetzt benutzen. Bei Wasser, das bringt mir hoffentlich was. Hoffentlich. So, 70% Kommt. Jawoll. Ne, hier solche Bombe. Hier gibt es auch 100, gibt es auch 40. Ne, ein verwirrendes Schlag auf die. Wer die schöne vorne steht. Ja, das macht nachvoll. 4 bis 8. 4 bis 8. Widersetzt, sehr gut. Auch widersetzt, perfekt. Aber der aufgeräumt. Der aufgeräumt. Oder der aufgeräumt. Oder der aufgeräumt. Oh ja. Ich hab's dran. Oh nein. Und wo ist das alles? Und das macht's halt tot. Ich mach'n. Und dann mach'n. Dörd, morgens. ich mache den auch noch der hut da macht ja viel schaden ich kann ja gar nichts mit dem Wieso habe ich denn keine Schaufeln? Schaufeln muss ich mitnehmen. Ähm. Wofür? Ist die Frage. Wofür Schaufeln mitnehmen? Lass ich mein Weihwasser weg. Oder Bandagen. Passt eher Bandagen. Ja. Ja hier. So. Ja. Das muss ich liegen lassen. Äh. So. Knochenaltar. Hier Weihwasser. Ihr verarscht mich jetzt. Eikräuter. Ne. Gegengift. Ne. Fackel? Ne. Was soll man denn hier benutzen? Soll ich mich verarschen? Schlüssel? Ich habe eh eine Menge Schlüssel. Nope. Hm. Dann fass ich den nicht an. Knochenaltar ist Knochenaltar. Bin ich verrückt. 80 Licht. Wir gehen rum. Ja. Eins übrig. Klasse. Hier, Verwender, Knall. Auf den wieder. Ja, der bewegt sich nicht genauso. Beide verfehlt. Ernsthaft? Dann macht er das jetzt. Klick. So. A dizzying blow to body and brain. Ich fühle mich schwach. Ernsthaft? Ja. So, hier. Gib ihm. So ein One-Shot-Monster, Mann. Warte, sieht es an dem Legendären, was der hat? Plus Crit, plus Schwindigkeiten. Eigentlich nicht, das macht nicht mehr Schaden. Ich find's krass. Wie viel Schaden der aussteilt. War ich mir, glaub ich, noch mal bei. Ach, Schaden. So, können Sie sich denn jetzt mal töten? Dankeschön. Äh, hier gefächtet sie mir jetzt sie. Uh. Ähm. Schau mal auf die Leiche, ne? Bis ich wieder rankomme. Geh noch ein bisschen heilen. Verwirrender Knall. Ab. Begegen den kann ich mit meinem Gift eh nichts machen. Und. Bam. Hm. Nee, lass ich liegen. Hier, Schlüssel. Hier, weg damit. Ich brauch Bilder. Was ich jetzt richtig im Kopf hab. So, jetzt muss ich wieder durch mit mir eine Falle. Äh, ja, hier von mir ist es, wir haben genug Essen. Hier, Falle. Ah, schade. Das hat nicht geklappt. Fearlessness will find no clemency in this place. wenn wir jetzt schon hier sind dumm schweine wenn es blut los geht's für zwei damit ist nicht ganz tot solche granate bei ausgerichtet es ist mit dem kaputt es ist ziemlich unwahrscheinlich diese ankotzen diese ankotzen kotzen mich an so noch mal zwei schaden ist auch wirklich tot auch dort damit so sehr gut ist der weg einmal an kurzen weniger der blutet auch genau ein hp da auch noch mal rankommen das ist alles nicht so geil 9 bis 18 18 jawohl die todmann dann wird er auch hier schön und ich doch noch mal ahm mal 17 beware triumph in pride Ich spreche jetzt noch mal, wenn ich das Ding nicht wieder mit nach Hause nehme. Äh, hier. So. Die auf jeden Fall schon mal. Ähm, hier, Gebet, ne, für alle. Habe ich noch 5? Plus Prezipus ausweichen. Wollte ich auf den machen. Weil der eh schon ziemlich krass stark ist. Äh, hab ich auf Ruhen geklickt? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht! Mja, ich habe auf den auf Ruhen geklickt, weil ich da oben rum geklickt habe, wo die Namen kamen. Ja, er ist mit 2 tot. Das ist ja ein, ein, ein... Der Hinterhalt, der in Ruhen geht. Würde ich sagen. Lässt sich verkraften. Lässt sich verkraften. Der Hinterhalt. Ich habe vielleicht ein bisschen viel mitgenommen. An Ausrüstung. Oh, ich habe eine Schaufel gefunden. Da würde ich mal behaupten. Ich habe mich übergebracht.